Doch jetzt ist Gottes Majestät mit dem Chalafet wieder auferstanden. Wir sind nämlich jene Menschen, die wie unser geliebter Imam der Zeit sagt, versuchen die Welt zu heilen. Wir sind jene Leute, die versuchen die Menschheit zu vereinen. Wir sind jene Leute, die versuchen allen Hass und alle Feindschaft in Liebe und Zuneigung zu wandeln. Und vor allem sind wir jene Leute, die jede erdenkliche Anstrengung unternehmen, um Frieden zu schaffen auf der Welt. Ich seh die.